hallo zusammen ihr wisst ich habe den lagershop und das ist eigentlich ist das ziel diese sachen die wir sonst am lager haben euch öffentlich zugänglich zu machen und da habe ich eine frage bekommen ob ich lampen hat an diesem lagershop muss ich euch enttäuschen ich habe momentan den led scheinwerfer den wir ja dann umbauen auf stecker wegen den kühlboxen und ich habe diese lampe 12 volt in diesem lagershop die brauche ich mal wieder für eine innenbeleuchtung oder bei dem transport kühler irgendwie als kleine leuchte das ist das teil hier da hat es noch so befestigung set dazu kommt nicht raus das sind einfach bügel und zwei schrauben wir kleben die meistens mit diesem doppelseitigen klebeband irgendwo bei einem transport kühler an die decke löten hier ein längeres kabel dran und wenn ich jetzt da drunter fahr so schließt man eigentlich offiziell kein lampen aber für den test tut sich das und so habe ich hier eine led lampe die wir am shop haben ich habe kein schalter dazwischen nicht dass es einfach solch eine stab lampe wir machen kühlschränke bei uns ist nicht das thema dass wir jetzt plötzlich anfangen lampen zu handeln weil da gibt lampen mit schalter ohne schalter mit bewegungsmelder und so weiter das ist eine endlose sache wir werden jetzt auch das thema ist hier wie leuchtet zum teil kann ich das anschließen problem ist ich mache jetzt licht kurz aus und jetzt bin ich wieder hier es ist wirklich dunkel bei mir es reicht im wohnmobil für eine kleinere beleuchtung oder als decke beleuchtung ihr könnt so eine lampe online irgendwo bestellen bei uns könnte die lampe anfassen also wir machen wahrscheinlich jetzt noch so ein panel mit paar lampen die wir vielleicht haben momentan haben wir noch die und längere man sieht wie es leuchtet wie man sieht wie es aussieht das ist nicht ein high end produkt das ist ein aluminium profil drin mit einer led leiste drin zwei endkappen zwei kabel ja das ist das was wir an lampen momentan in unserem lager shop führen verkalkommen anschauen wenn die könnt ihr unten in die kommentare schreiben ob ihr mehr bedarf habt und lampen ich weiß aber auch nicht genau so was schreibt sie unten in die kommentare wir haben noch ein bisschen platz für lampen im lager shop ich mache euch hier ein video warum wir diese led scheinwerfer haben zwar zu einem ganz anderen preis und ich wünsche euch natürlich jetzt einen schönen abend und morgen einen sonnigen schönen tag